HipHop.de News HipHop.de In einem Interview gab Eminem jetzt bekannt, dass er an einem neuen Album arbeitet. Wann die Platte erscheint, ist jedoch noch unklar. Das Teil wird der Nachfolger seines Nummer 1 Albums Recovery sein. Außerdem unterstützt er zur Zeit Slaughterhouse bei ihrem neuen Album und legte dafür sein eigenes Filmprojekt vorerst auf Eis.